Wenn ich male, dann vergesse ich alles, was drumherum ist. Ich habe auch kein Zeitgespüre. Das fliesst einfach. Ich habe schon immer gerne gezeichnet. Ich wusste nie, wo ich anfangen soll. Ich konnte mich nicht entfalten. Ich wurde dann 19 schwer krank. Dort habe ich eine Kollegin kennengelernt. Mit ihr haben wir dann angefangen zu male. Nach meiner Behandlung konnte ich mein erstes Bild malen. Das war eine Befreiung. Auf diesem Bild ist eine Dame auf dem Ritteseil, die mit Schwung in die Zukunft schaut. Wenn es mich packt, dann kann man mich nicht mehr bremsen. Mein Name ist Antonella Gavallucci. Ich bin schon lange bei der AKB-Familie. Zeichnen und Malen ist meine Leidenschaft. Konkreuz ist er. Das warwang von Moment. Berd. Train** med. Giang und dough. Der